Hallo und herzlich willkommen zurück bei uns. Ich bin Sandy und heute spielen wir zum allerersten Mal Horse Riding Tales auf Steam, Leute. Gerade eben hat Foxy Winter die Steam-Version von Horse Riding Tales freigegeben und ich habe mich natürlich sofort hingesetzt, Leute, und wir spielen das jetzt. Je nachdem, wie gut es bei euch ankommt, möchte ich das Spiel auch länger zeigen, also wenn ihr das gerne guckt. Und wir können auch gerne mal zusammenspielen. Ja, wenn das nicht so gut ankommt, dann werde ich das vielleicht einfach privat ein bisschen weiterspielen. Ich suche mir hier gerade schon ein Outfit aus, Leute. Ich habe ja das schon mal getestet am Handy. Das hat mich jetzt nicht wirklich überzeugt gehabt. Die Grind-Arbeit war auch mega, mega viel. Also man musste wirklich viel farmen und so weiter. Und jetzt bin ich halt natürlich mega gespannt, wie das jetzt hier ist. Ich bin mir gerade sehr, sehr unschlüssig, was ich tragen möchte tatsächlich. Ich denke, we go for this. Ein Helm, Leute, ihr wisst Bescheid. Ich bin ein Westernreiter. Ich trage nicht so gerne Helm. Ich finde mich mega süß. Wir gucken jetzt mal Violet Gem. Wir gucken jetzt mal ganz kurz nach einem Namen. Leute, wie gefällt euch Chloe Strider? Ich weiß nicht, ob wir das ändern können danach irgendwie in irgendeiner Form. Aber ich finde Chloe Strider eigentlich ganz cool. Ich habe mittlerweile schon vergessen, wie ich bei Bluestacks heiße. Ich habe das aber auch tatsächlich nicht mehr weiter gespielt. Ich hätte gesagt, wir machen einfach mal, ne, okay. Los geht's. Oh mein Gott. Ich freue mich schon voll. Ich bin schon voll gespannt, Leute. Also Leute, ne? Also die haben uns letztendlich erzählt, dass wir hier in einem Pferdeparadies leben, wenn die Chloe Strider da auch wohnt, aber die Chloe das noch nie, ähm, noch nie auf einem Pferd gesetzt ist. Das ist das hier. Chloe Strider. Coming! Unser Papa schreit. Get a mover on, kiddo. Those horses won't mark themselves. Okay, also wir müssen ausmisten. It's my birthday. Ich weiß, Leute, ich weiß nicht, ob es... Ich glaube, die Musik ist ein bisschen laut. Es ist mein Geburtstag, aber ich sage, ich mache es trotzdem. Moment, ich bin so ein nettes Kind. Your head's full of dreams. Ja, ja, logisch. Alle, alle, alle. Yes, Dad. Chloe Strider. Come see me before you go. Okay, Mama möchte irgendwas von uns. Ja. Unser Papa ist aber ein Lieber, sagt die Mama. Ähm, und sie hat was für mich. Was denn? Oh, ein Orb. Genau, ich kann mich schon noch erinnern. So lange ist es noch nicht her. Wir haben ein Orb bekommen. Oh Gott, Leute, die Musik ist so laut. I better get up to the stables and help Nathan. Och, unser Freund. Oh mein Gott, es ist laut. Alter, Vater. So, ich habe jetzt gerade das ein bisschen leiser gemacht über OBS, weil, Leute, die Einstellungen können wir erst ändern, wenn wir das Tutorial abgeschlossen haben. Das ist richtig klasse, Leute. Okay, also wir rennen mit WASD. Das ist ja schon viel besser. Und, Leute, seht ihr das? Also die Grafik, ich spiele das hier auf einem relativ großen PC, ist jetzt nicht perfekt, aber sie ist definitiv nicht schlecht, Leute, oder? Morning, Chloe Strider. Hi, Nathan. Alles Gute zum Geburtstag, sagt er. Und er sagt, er glaubt, dass wir nicht mehr mit ihm arbeiten wollen. Warum denn eigentlich? Don't be silly, Nate. Ja, wir sind immer Freunde. Also, können wir heiraten und so vielleicht? Also, eventuell. Ja, also, Nathan, bitte, ne? Also, warum warst du denn hier, ne? Let's start by rehaving the stable. Okay, das kriege ich hin. Enter the stable, das schaffe ich. Ist immer noch so laut, Leute. Oh, hi! Servus! Gott, Leute, ich hoffe, es ist nicht mega laut für euch. So. Wunderbar. Good job, Chloe Strider. Can you check his hooves? Oh, glaub schon. Das kann ich machen. Okay. Was muss ich jetzt machen? Did you see the wild horses? Nee. Ich hab die wilden Pferde noch nicht gesehen. I'm not really sure. My mom gave it to me. Ja, das ist der Orb. Das kennen wir schon. Incredible. You can actually have one. Ja, 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 ja. Wir kriegen jetzt ein Pferd. Wir kriegen ein Pferd. Hört's auf zu reden. Ich möchte jetzt ein Pferd haben. You probably haven't heard the tails. Thankfully, when you told me about them, I can teach you what I know. For starters, that is a taming orb. Ja, ja, also mit dem Orb kann man quasi Pferde, also Wildpferde zähmen. We said you can tame any horse. Ja, ja. Ja, ich komme. Tap to leave the stables. Ja, wo ist das Pferd? Bitte. Das will ich nicht. Ich möchte ein anderes Pferd. Kann ich auch ein anderes Pferd haben? Oh, das will ich auch nicht. Oh, da muss man jetzt warten, bis ein Pferd kommt, das ich gerne hätte, ne? Ja, das möchte ich, glaube ich, nicht haben. Das Pferd, kann ich reinzoomen in das Pferd? Also, nicht in das Pferd, sondern zum Pferd. Ne, das gefällt mir aber nicht so gut. Das möchte ich nicht haben. Jetzt muss ich eine Minute warten, Leute. Wir sehen uns gleich wieder. So, da sind wir wieder. Und ja, wir haben endlich das Pferd bekommen, das ich gerne möchte. Denn es ist dieses hier. Das hatte ich nämlich schon, ähm, was muss ich jetzt machen? Brauche ich zwei oder was? Okay. So. Und jetzt geht die Vierbahn nämlich hoch. Und wir müssen nämlich jetzt gucken, dass wir ganz langsam uns an das Pferd rantasten, dass es keine Angst hat. Und jetzt können wir so einen ganz, ganz powerful Teil machen und dann passt es alles. Und dann haben wir es. Oh mein Gott, Leute, ich habe mega lang warten müssen. Wenn ihr dieses Pferd haben wollt, dann wartet einfach. Dann wartet einfach, bis es kommt. Ich glaube, ich habe irgendwie fünf, sechs Minuten warten müssen und irgendwann kam es dann. So. Send it to your first self. Okay, jetzt müssen wir ihn oder sie in den Stall packen. That was amazing. Ja, ich weiß. Das haben wir richtig, richtig toll gemacht. Jetzt müssen wir ihm erstmal was zu essen geben und, ähm, äh, in den Stall packen. Ähm, ich glaube, habe ich ihn nicht gerade schon in den Stall gepackt? Hi, servus. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher. Wir gucken jetzt einfach mal schnell nach, weil, also im Paddock steht er ja nicht mehr. Es ist ja so, wenn, ihr könnt mehrere Pferde, ähm, zähmen, aber ihr braucht einen Stall. Und das Pferd hat dann nur noch so und so viele Stunden, wenn ihr keinen Stall habt. Und je höher das Pferd ist, desto länger dauert auch so ein Stallbau. Okay. Ja, natürlich. Ja, ja, ich möchte reiten. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Uuuh. Oh, sind wir schick. But I don't know how to ride ours. Ja, weißt du, das wissen wir schon. I believe in you. Ja, 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 das kriegen wir hin. Ja, ist, ich, ja, das kriegen wir hin. Okay. Practice how jumping. Show jumping. Was? Was muss ich machen? Ich hab, jetzt hab ich's nicht gelesen. Oh mein Gott, unser Pferd ist so süß, Leute. Was sagt denn ihr? Unser Pferd hat leider noch keinen Namen, aber das macht ja nichts. Ähm, ich glaub, ich glaub, wir müssen hier hinter, oder? So. Okay, dann geht's, oh Gott. Das kostet mich 75, Training in the Arena. Ja, toll, hilft ja nichts, ne? Was muss ich denn jetzt machen? Oh, die Musik ist schön. Hold the charge button. Okay. Until reach the jumper. Okay. Ja, okay, okay. Ja, ich hab's, ich hab's verstanden. Charge, okay. Muss ich jetzt springen, oder mach ich das von selber? Nee, das mach ich von selber. Charging as soon as you see the button. Okay. Alles klar. Das, das, das geht relativ simpel. Okay. Das hab ich gut gemacht, glaub ich. Also, langsam, aber es hilft ja nichts. Und ich muss aufpassen, dass, ähm, die Stamina-Bar nicht, nicht zu klein wird. Ja, ja, ich verstehe. Gut. Ja, das war doch nicht schlecht, oder? Krieg ich jetzt Geld? Oh, aber wieso eigentlich? Wieso hab ich nur einen Stern? Das war doch gar nicht so schlecht. Oh, Leute. Meinem Pferd geht's irgendwie nicht gut. Okay, also wir müssen jetzt zum Stall. Oh, ich bin Level 2. Ich bin Level 2, Leute. Ähm, wir müssen zum Stall. Und jetzt können wir, ähm, ihr einen Namen geben. Wir nennen sie Stella. Weil mir grad nichts Besseres einfällt, Leute. Was müssen wir denn jetzt machen? Wir müssen sie abwaschen. Okay. Okay. Das, das krieg ich hin. Guckt mal. Schaut, ich, das, das kann ich gar nicht so schlecht, oder? Jawohl. So, wo müssen wir hin? Hier. Oh, du bist ein feines Mausikind. Du bist ganz prima. Ha! Okay, wir sind clean as a whistle. Okay. Dann Horseshoes. Wir haben null. Äh, okay. Also das können wir grad nicht machen. Geht's ihr gut? Neutral. Haben wir Heu? Ja, wir haben noch 36 Heu, Leute. Das heißt, wir können jetzt ihr einmal, ähm... Yay! Jetzt ist sie happy. Das ist doch klasse. Aber er sagt immer, es ist eine He. Oh. Vielleicht ist es ein R. Dann müssen wir ihm einen R-Namen geben. Leute, schreibt mir mal in die Kommentare, wie sollen wir unser Pferd nennen? Können wir es überhaupt umbenennen? Ähm, okay. Wir können uns jetzt einen neuen Sattel machen. Okay, ähm, wir müssen jetzt, ich glaub, Mining Accepted. Okay. Also wir müssen, können wir unser Pferd, wir können doch mit dem Pferd reiten, oder? Moment. Right. Ja, das kriegen wir hin. So, jetzt müssen wir, wir müssen jetzt Materialien suchen. Äh, äh. Es fängt schon gut an, Leute. Es fängt schon gut an. Ah, da hinten. Komm. Okay, die Steuerung ist vollkommen anders, ähm, als wie ich das normalerweise gewohnt bin. Man muss immer draufbleiben, ist auch strange. Vielleicht kann man das aber auch einfach ändern. Okay, wie kann ich denn absteigen? Mit X geht nix. Okay, vielleicht. Ah, okay. Sie steigt von selber ab. Und was muss ich jetzt machen? E. Ich muss jetzt E drücken. Also ich hoffe sehr, dass wir die ganzen, die ganzen Sachen ändern können, weil das ist nicht so cool eingestellt, ehrlich gesagt. Okay. Einmal. Kann ich auch, kann ich auch einfach drücken? Ach so, ich kann einfach drücken auch, Leute. Easy. Okay. So, jetzt haben wir endlich mal Holz gefunden. Holz sieht nämlich anders aus, Leute. So, wir brauchen... Hä? Ich da... Hä? Ich dachte, ich möchte den Sattel machen. Jetzt verstehe ich die ganze Welt nicht mehr. Hä? Ich kapiere das jetzt gerade nicht. Ich dachte, ich... Ich möchte kein zweites Pferd haben. Ich wollte mir einen neuen Sattel craften. Hä? Okay, Leute. Also wir müssen jetzt anscheinend einen Orb machen. Dafür brauchen wir zehn so Plüschi-Dinger. Wo sind denn so Plüsch-Dinger? Wir müssen jetzt erstmal so Plüsch-Dinger finden. Da hinten. Ha, ich habe welche gefunden. Leute, ich habe welche gefunden. Okay. Ich nehme mal an, das ist irgendwie Cotton oder so. Also Baumwolle oder irgendwie sowas. Jetzt haben wir es gleich. Ach man, ich dachte, ich kriege einen neuen Sattel. Das ist voll sad. Okay. Okay. Gut. Und... Habe ich es jetzt? Ja! Leute, wir können jetzt einen Orb machen. Craft. Habe ich das abgeschlossen? Ja! Tame another horse. Okay. Jetzt brauchen wir wieder ein neues Pferd. Ja, ist ja egal, welches Pferd, oder? So, eins. Zwei. Okay. Und wir gehen ein Stückchen näher ran. Und müssen aufpassen, dass das Pferd nicht zu viel Angst bekommt. Jawoll. Sell. Für 200. Ja, jetzt weiß ich es nicht. Ich muss das ja eigentlich nur tamen. Oder wir probieren es jetzt mal. Habe ich es geschafft? Ja! Okay. Also, ich habe das Pferd leider schon verkauft. Tut mir leid. Oh Gott. Der möchte jetzt, dass wir in einem Showjumping Competition starten. I don't have the money. Ja, ich habe keine Kohle. Ja, 300 kostet das. Oh mein Gott, Leute. You have leveled up. Level 3. Yay. Ja, wir haben aber schon genug Geld. Jetzt passt auf. Was müssen wir jetzt machen? Okay, wir müssen jetzt noch einen Sattel machen. Und einen Rope. Aber ich glaube, wir haben jetzt unser Tutorial auf jeden Fall abgeschlossen. Wo ist denn eigentlich unser Pferd? Hallo? Ach, da ist unser Pferd. Okay. Wunderbar. So. Das ist mega süß, Leute, oder? Also, ich habe jetzt auf jeden Fall hier definitiv am PC mehr Spaß als quasi. Also, ich habe ja auch auf dem PC gespielt, aber ich habe es auch auf dem Handy auch probiert. Mir macht es hier viel mehr Spaß. Jetzt können wir nochmal gucken, was es denn so alles kostet. Oh, Leute, guckt mal. Das ist ja mega nice. Da hat man eine Chance auf so ein spezielles Pferd. Und hier kann man auch Pferde kaufen, Leute. Oh mein Gott. Dieses Pferd ist der Oberhammer. Aber 700. Was kosten die Gems nochmal? Was kosten denn 700 Gems? Okay. Oh. Wow. Oh mein Gott, Leute. Es ist ein bisschen sehr, sehr teuer. Ja. Dann hätte ich aber gesagt, war es das für die erste Folge von Horse Riding Tales. Schreibt mir doch mal in die Kommentare oder gebt dem Video ein Like, falls ihr mehr sehen wollt von Horse Riding Tales. Dann würde ich das Spiel auf jeden Fall weiterspielen. Ich finde es im Moment super cool. Ich würde mir jetzt erstmal kein VIP kaufen. 80 US-Dollar finde ich jetzt relativ teuer, muss ich gestehen. Und ja, aber ich glaube, man kann bei dem Spiel, wenn man ein bisschen farmt, auch so weiterkommen. Dann danke ich euch vielmals fürs Zuschauen. Falls euch das Video gefallen hat, würden wir uns über ein kostenloses Abo von euch freuen, über einen Like oder einen Kommentar. Und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Danke fürs Zuschauen. Servus.